Diese Story habe ich zugeschickt bekommen von einem Zuseher, der sich auf den Weg in den Herbes macht und dort einfach die ganzen Wände voll sind mit Supreme Italia. Und das ist... Sehr Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich... Und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, nicht vergessen, 19. Dezember. Es wird einfach knapp, Freunde. Jetzt geht's Schlag auf Schlag und die Modemarke ist am Start. Schon diesen Sonntag kommt das Promo-Video zur ersten Kollektion von MAM Mexican Stand-Off. Also seid am Sonntag auf alle Fälle am Start. 15 Uhr wie gewohnt. Um die Uhrzeit wird das Droppen, Mittwoch wird das Ganze gefilmt. Also jetzt heißt es schnell sein. Der nächste Mittwoch ist dann der Drop am 19. um 17 Uhr online auf MAMVienna.com. Link nochmal in der Infobox verlinkt. Seid schnell, es gibt noch ganz wenig Stück. Also wer unbedingt was ergattern möchte, dem rate ich sofort um 17 Uhr vielleicht schon vorher auf der Seite zu campen, wenn dann der Drop ist. Aber liebe Freunde, ich will gar nicht mehr länger über die Modemarke quatschen, sondern über meinen zweiten Kanal, Maximilian. Schaut vorbei, auch in der Infobox verlinkt. Nein, Freunde, ich habe auf Instagram Maxo bei mir, jetzt reicht es aber dann schon langsam mit dem Plug. Da habe ich etwas zugeschickt bekommen von einem aus der Maximilian Army und ich war einfach geschockt. Ich habe mir gedacht, ich sehe nicht richtig. Herbis ist eine der größten Sporthandelsketten hier in Österreich und eine Tochtergesellschaft von Spark. Also ich musste jetzt extra Sporthandelsketten in Deutschland googeln. Anscheinend gibt es da so etwas wie Vosswinkel. Intersport gibt es glaube ich auch in Deutschland. Auf jeden Fall bei uns in Österreich eine sehr, sehr große Sporthandelskette, wo du einfach Modeware, aber auch Sportartikel kaufen kannst. Und die haben sich einen starken Namen gemacht. Und die machen auch 520 Millionen Euro Umsatz im Jahr, also schon relativ groß bei uns in Österreich. Meiner Meinung nach, ein so großes Unternehmen muss doch Einkäufer haben, die eine Ahnung davon haben, was hier eingekauft wird. Wir kennen die alte Geschichte Supreme Italia. Supreme New York hat sich die Patente nur in Amerika sichern lassen auf Logo und Namen. Und dementsprechend ist es in jedem anderen Land erlaubt, das Logo einfach zu klauen, auf ein Shirt, auf Hoodies etc. zu drucken und das Ganze dann wieder zu verkaufen. Es gibt auch Supreme Spain glaube ich und Supreme China. All die haben sich das zunutze gemacht und kopieren einfach eins zu eins alles von Supreme und machen auf deren Nacken quasi Geld. Für Supreme natürlich dumm, sich die Patente nicht sichern zu lassen, muss man natürlich an dieser Stelle auch sagen. Deswegen gibt es da auch immer die Diskussion, ob das ein Duplikat ist, ob das Fake ist oder nicht. Supreme New York ist Supreme. Alles andere, was kopiert wird, ist einfach eine Kopie meiner Meinung nach. Und gerade als große Sporthandelskette sollte man sich mit solchen Unternehmen nicht in Verbindung bringen lassen. Diese Story habe ich zugeschickt bekommen von einem Zuseher, der sich auf den Weg in den Herbes macht und dort einfach die ganzen Wände voll sind mit Supreme Italia. Und das ist meiner Meinung nach einfach irre Führung der Kunden. Es gibt so viele da draußen, die nicht auf die Idee kommen würden, dass eine große Sporthandelskette wie Herbes hier einfach Duplikate verkauft. Es ist legal tatsächlich, aber trotzdem handelt es sich hier meiner Meinung nach einfach um irre Führung. Es wird hier sehr, sehr viele Leute geben, die einfach gutgläubig dieses Produkt einkaufen und dann später vielleicht merken, dass das einfach nur Duplikate sind und sie nicht das erworben haben, was sie eigentlich vorher hatten. Also finde ich einfach ein Reinfall, ein absolutes No-Go. Gerade als Einkäufer dieser großen Marke sollte man solche Dinge abschätzen können und wissen, dass so etwas schlecht für den eigenen Namen ist. Das Schlimme ist, liebe Freunde, auf die Kritik von einigen Leuten aus der Maximilian Army hat Herbes sogar in Form einer DM reagiert und sie schreiben hier Hallo, danke für deine Story. Wir können dir versichern, dass bei Herbes alle Artikel Originale sind. Auf dem Produktetikett ist ein QR-Code angebracht, den du zur Echtheitsprüfung scannen kannst. Trotzdem, auch wenn es original Supreme Italia ist, ist es nicht Supreme New York, aber das wird damit verkauft. Es handelt sich hier um ein Duplikat, ein legales Duplikat, aber trotzdem ist es ein Duplikat und nicht das originale Supreme New York. Und völlig zu Recht schreibt er dann zurück, bitte informieren Sie Ihr Unternehmen über die Marke Supreme. Supreme wird ausschließlich auf der Supreme Online-Seite und in den Supreme Läden verkauft. Sehr gut. Das ist jemand, der sich auskennt. Nein, nein, ich weiß nicht, ob es einfach nur Unwissenheit ist oder ob es ihnen einfach scheißegal ist. Wirklich, das finde ich einfach... Nein, sowas geht nicht. Das ist genauso wie diese ganzen Supreme Abzocken, die du im Internet findest, wo dir irgendwelche Supreme Louis Vuitton Pullover um 30 Euro versprochen werden. Also für mich einfach schlicht und ergreifend das Gleiche. Auch wenn mir bewusst ist, dass es legal ist. Meiner Meinung nach ist es trotzdem nicht in Ordnung. Einfach irreführend und ekelhaft. Ich hoffe, dass sich das Ganze noch verändert. Hier nicht weiter. Fakes an unwissende Leute verkauft werden, muss ich persönlich sagen, geht mir gegen den Strich. Und dass das gerade ein österreichisches Unternehmen macht. Nervt mich umso mehr. Das ist meine Meinung. Mich würde aber besonders eure Meinung zu diesem Thema interessieren. Bitte schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, was ihr davon hält. Schickt dieses Video unbedingt an Freunde und Bekannte weiter, die vorhaben, sich vielleicht was von Supreme Italia zu holen, beziehungsweise sich etwas von Supreme zu holen, ohne zu wissen, dass es sich hier um Supreme Italia handelt. Liebe Freunde, das war's mit diesem Video. Nochmal am Montag eins rausgeschossen im Dezember. Jetzt nicht, weil Dezember ist, sondern weil gestern ja ein Vlog von Max a Billion kam. Ich hoffe, ihr seid bei Max a Billion am Start. Wir sehen uns am Mittwoch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Video. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Bedanke mich fürs Zusehen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Das ist von mir, euer Maximilian.